Herzlich Willkommen. Ich möchte euch heute die Lujang Übungen zeigen, so dass ihr mit praktizieren könnt. Es ist für alle die, die schon einmal auf ihre ganz persönliche Gesundheitssituation eingeführt wurden. Wir starten mit der Raumübung. Für das stehen wir so weit wie möglich mit den Füßen auseinander, so dass wir noch Stand haben. Der Daumen kommt nach vorne und die vier Finger nach hinten entspannt auf den Beckenkamm. Das gibt Stabilisierung. So strecken wir die Wirbelsäulen lang. Besonders in den Halswirbelsäulen verlängern, wie wenn wir einen Äpfel unter dem König haben. Für die Atemtechnik gehen wir zuerst einatmen in der Ausgangsposition. Ausatmen, wenn wir vorne hineinneigen. Einatmen, wenn wir wieder zurückkommen. Und verlängern, sanft in den Halswirbelsäulen aber öffnen im Brustraum. Und ausatmen, vorne hinein. Einatmen, in die Ausgangsposition. Atem halten, in die Verlängerung. Das siebenmal, dreimal. Ausatmen, viermal. Ausatmen, viermal. Ausatmen, fünfmal. Einatmen, Atem halten, öffnen im Brustraum. Und das letzte Mal. Dann nehmen wir die Beihüftbreite für die Reinigungsatmung. Lachen, Knie, Scheiben los. Fangen an mit einem feinen Abstand zwischen den Fingern. Einatmen bis zum König. Die Schultern bleiben unten. Und auf HA ausatmen. Dreimal. Behe die Nasenöffnungen ein und alle Apfelstoffe ausatmen. Wir kommen zu der zweiten Übung. Wir öffnen das Erdelement. Das sind alle Kanäle im unteren Bauchraum. Für das öffnen wir noch einmal die Beine, so weit das möglich. Vier Finger kommen nach vorne, daumen nach hinten. Die Wirbelsäule ist wieder lang gestreckt. Wie wenn das Königenöpfel darunter hat. Wir richten uns nach links aus. Knie in der Verlängerung. Einatmen, wenn wir mit den Schultern zum Knie gehen. Hals bleibt in der Verlängerung. Ausatmen, wenn wir zurückkommen. Einatmen, in der Drehung. Atem halten, in der grössten Dehnung. Und zurückkommen. Siebenmal in einer fliessenden Bewegung. Achtet, dass der Öpfel unter dem Knie bleibt. Und gut im unteren Bauch- und Kreuzbereich. Drehen und dehnen mit dem Nabel Richtung Ohr-Schenkel. Und mit der Atmung bleiben. Einatmen. Atmen halten. Ausatmen zurück. Und das ganz groß. Und das ist ganz groß. Der Schmerz von den Abbauch. Der Schmerz von den Schmerz von der Atmung bleibt. Der Schmerz von den Schmerz von der Atmung bleibt. So, das letzte Mal, einmal links jagen. Atmen, atmen, halten, ausatmen, in die Mitte kommen, nach rechts, einatmen, halten, halten, ausatmen, durch die Naseöffnung in die Mitte kommen. Wieder Hüftbreit stehen, Kniescheiben lösen, zur Reinigungsatmung machen, die Hände unter den Bauchnabel platzieren, ein paar cm aus der Hand. Durch die Naseöffnungen einatmen und auf das Haar an, alle Schlacken ausatmen, die mentalen, die körperlichen Spannungen. Dreimal. Wir kommen zu der Übung des Elementes Luft. Für das bleiben wir Hüftbreit, gehen uns nach links wieder ausrichten, die vier Finger nach vorne, das Hinterbein gestreckt, das Vorderknie leicht gelöst. Das öffnet den Brustraum und Kanäle in diesem Bereich. Darum die Dehnung vorwiegend im oberen Körper. Wir gehen einatmen, drehen und senken mit dem Ellbogen Richtung Knie. Auch da bleibt wieder der Öpfel unter dem Knie, die Wirbelsäule gestreckt. Ich einfluss, ich atme dort nach den Öffnungen, atem halbte und atme in die Mitte hoch. Schaue, dass die Füße schön heusbreit bleiben und nicht davor rutschen. Ich atme, atme, atme und atme zurück. Die vierten Säule immer schön lang drehen, dass es Platz gibt im Brustraum zum drehen. Okay. Einmal noch rein. Und dann noch rein. Und dann wieder Tappen als Stoff. Ausatmen. Wir kommen zu der Übung. Zu der Führübung. Dann die Füsse ganz schliessen. Heisen gestreckt. Wirbelsäule in der Länge. Daumen wieder nach vorne. Die Halswirbelsäule gestreckt. So, dass wir wieder wie einen Knöpfel unter dem Knie haben. Wir gehen wieder zuerst einatmen. In der Ausgangsposition. Ausatmen. Vorne hineinneigen. Kopf zum Knie. Dann wieder ganz strecken. Öpfel bleiben unter dem Knie. Bis wir wieder gestreckt sind in der Ausgangsposition. Atem halten. Brustkarbe öffnen. Und ich zeige es vor. Ausatmen. Einatmen. Atem halten. Lang werden. Atem halten. Lang werden. Aufpassen. So, dass wir nicht zu fest ins Kreuzli. Aufhängen. Wirbelsäule. Und immer wieder das Knie zurücknehmen. Wenn wir hochkommen, bleibt der Apfel unter dem Knie. Und das letzte Mal. Einmal. Und siebenmal. Und siebenmal. Wir kommen wieder zu der Reinigungsatmung. Hüftbreit öffnen. durch die Nasenöffnungen einatmen. Und mit dem Haar ausatmen. Alle Abfallstoffe. Hüftbreit öffnen. Hüftbreit öffnen. Hüftbreit öffnen. Den linken Daumen geht nach oben. Unter dem rechten Arm durch. Fast die rechten Finger. Einen Daumen oben. Den linken nach unten. Mit dem Ellbogen. Es ist wichtig, dass die gestreckt bleiben. Ausatmen nach unten. Und einatmen strecken. Siebenmal. Hier bleibt der Apfel unter dem Knie. Ganz wie Abelsäule gestreckt. Mit der Tendenz lang zu strecken. Das Wichtige ist, die Ellbogen immer gestreckt zu lassen. Beim siebten Mal öffnen. Die Daumen nach oben. Kreis machen. Rechten Daumen nach oben. Und wieder gestreckt die Ellbogen. Eins. Einatmen. Das Atmen nach oben. Strecken. Und wieder öffnen. Weit die Knie schieben lösen. Und Lungen Rossell. Reinigungsatmig. Atmen mit frischen Lebensenergie. Ausatmen von den Abfallstamm. Ausatmen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Und einen wunderschönen Tag. Ausatmen. Ein Blattes Turm.